Frau Kommissarin, Ihre sogenannte Sicherheitsstrategie scheint aber doch eher eine Überwachungsagenda zu sein, also dass da Daten gespeichert werden und Pläne für stärkere Verschlüsselung. Ich weiß nicht, wenn dann hinterher, was sich daraus ergeben hat. Wie wird das dann behoben? Die PR-Richtlinie und zum Beispiel die Anpassung an das, was das französische Verfassungsgericht vor kurzem entschieden hat. Jetzt zu Kindesmissbrauch. Es gibt nicht genug Ressourcen zur Prävention und zur Therapie und zur Strafverfolgung, denn die Behörden sind ja schon überarbeitet mit den bestehenden Fällen. Und jetzt schlagen Sie vor, dass wahllos Monitoring durchgeführt wird und dass unsere Privatkommunikation hier abgehört wird. Aber damit werden Kriminelle doch in den Untergrund gedrängt. Und dann wird es noch sehr viel schwieriger oder unmöglich werden, sie wirklich vor Gericht zu stellen. Wie können Sie also einen solchen Vorschlag vorlegen, der wirklich kontraproduktiv ist? Damit wird doch die Sicherheit von Kommunikation und Geräten beschädigt. Vielen Dank, Patrick. Ja, und auch Frau Breyer. Ich werde nicht akzeptieren, dass es einen Widerspruch gibt zwischen der Bekämpfung von schweren Verbrechen, wie zum Beispiel Kindesmissbrauch und Schutz der Privatsphäre. Also einen solchen Widerspruch akzeptiere ich einfach nicht. Ich werde nicht akzeptieren, dass es ein Widerspruch gibt.